Herzlich Willkommen zu Rappen von Lars Entschuldigung, dass wir vor kurzem Vorbild zu kurz waren Berechnungen der Roten in der Aufnahme Das wäre eine coole Idee gewesen Aber das ist alles passiert Wir machen jetzt weiter ohne Brechen Also ich habe schon Brechen Das heißt, es sind neue Missionen aufgetaucht Weiß ich gleich wo die herkommen Aber sind da Und zwar Feld 19 Düngen Feld 62, Feld 38 Die anderen beiden gehen ja nicht Also Feld 19 machen wir gleich Das heißt, die können wir aktivieren Feld 19 Die können wir nicht anklicken So Das kann gleich unseren neuen Kurs aufnehmen Passt Die Dünger soll aber reichen Und jetzt kann man sehen Das kann man sich auch suchen Links oder rechts Wenn der Steuer hätte er nur rechts fahren können Das wäre recht Passt Warum nicht Mal führen Verwarnung So Nächsten Düngersteuer Nehmen wir auf gleich Also muss ich doch die Kurse in aller Ruhe einfahren Wenn ich jetzt offline bin oder so nicht aufnehme Aber den einen Kurs habt ihr gesehen Ungefähr wieder so fortfahren zu können So Jetzt nehmen wir mal einen Kurs Der hat Da ist kein Kurs So Das heißt Die nächste Mission war gewesen 62 Nehmen wir Feld 62 Macht man noch Ist noch angekommen Ne? Ach, man ist es ja von der Ecke Ja, gut Ist ja klar 63 Das ist ja hier gleich in der Ecke Man sagt, das könnte man vielleicht kaufen Wenn die Aussage schief läuft Ne? Vielleicht was ich jetzt halt Soll zu Feld da sitzen fahren Ne? Ne? Dann haben wir noch ein Fahrzeug Auch nicht Müssen wir mal gucken, ob eins frei ist 57 noch in Arbeit 46 Ist frei 46 Das heißt Den checken wir mal Zum nächsten Feld 38 Und das ist schon viel Arbeit auf dem Land Hätte ich Vernarbt So Lidl Den geht nicht 38 Das weiß ich Aber was hinkriegt es hier Weil meistens Letztes Maler hat es nicht klappt Aber wenn man zu schnell gefahren ist Ich weiß auch Ich habe den anderen Kurs gelöscht Hehehe Ich fahre nochmal Alt 0 Weil er kann den Punkt nicht finden Weil er nur im Kreis werft Einfach zu schnell ist Jetzt gehts Jetzt gehen wir auch Richtung Feld Nummer 19 Wo ich erstmal Licht habe Mensch Vom fährt da bloß hin Feld 19 Wo könnte das sein Ne? Ja Vor der Haustür So Wir fahren Dann Wir fahren mal rauf Dann machen wir mal Mit alten Kurs less natürlich Bis generieren 19 Da werden wir mal 2 Reich Das reicht in dem Falle Zurück Fahrer einstellen Speichern Speichern 12 19 30 Meter Und speichern Und speichern Das wird gespeichert In Zukunft gespeichert Dann ist unterwegs So schön Ist auch unterwegs Eigentlich haben wir 4 Fahrzeuge Das ist unter Arbeit gerade Sehe ich gerade Sehe ich gerade Sehe ich gerade Sehe ich gerade Wenn wir mal wieder Kügelig Oder kügelig Oder kügelig Vergesslich Oder von der Ahnung Nicht bei der Sache Ich dachte jetzt immer wieder So So Jetzt waren wir Auch gucken Einfahren Das machen wir nicht Den checken wir auch zurück Oder haben wir noch Mission Eigentlich nicht Dünnen haben wir unterwegs Die beiden können wir nicht machen Können wir Sortieren Und dann Abbrechen Dann sind die irgendwie raus Sortieren Abbrechen Dann ist Platz Zu anderen Aufgaben Und wir haben eine bessere Übersicht Dann ist Platz Rapportieren machen wir auch nicht Recht damit Ob das irgendwie negativ auffällt Keine Ahnung Garantiert nicht eng gehackt Ja Und dann fährst du jetzt mal Beklappt Eigentlich ist das ungünstig Weil er von beiden Seiten Auch als normaler Kurs Verwenden kann Wirst du ihn eigentlich anders machen Also wie Eiferei fahren Und dann punkten Und dann manuell Anderen Kurs weitergehen lassen Dass er sich ausmachen kann Ansonsten ist es ein durchgehender Kurs Eigentlich ist es ungünstig Weil Irgendwann fahren die da lang Und dann finden die sich im Weg So Dann schauen wir mal Zu unserem Sägelwerk Alles kühl Händler Soll man eigentlich verkaufen Dann brauchen wir unser LKW Ja hier wollen wir noch was ändern Die Station muss hier weg Aber das machen wir später Wenn wir noch Geld haben So LKW Das move Wir können auch die Grasfelder vorbereiten Und ich überlege gerade Grasfelder Wegen Heu Heuwetter 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 wo genau genommen morgen früh, weil morgen sollte das Gras entsprechend wachsen sein heißt die Wesie hier vorne gleich Nummer 21 in Vorbereitung Einer ist angekommen Tatsächlich Da das jetzt Feld Nummer 1 Jetzt bin ich sputzig 63 62 62 Ja das ist ein Verkehr Aber das macht nichts, weil jetzt ist es dicht bei Einmal mit dem Wald fahren und dann hinten fahren Da haben wir schon beim Kurs aussuchen Zahnräder oder so Ne Zahnräder sind auch nicht Also kannst du weg so Das kann ich mir nicht erklären Ich dachte ja Ja Es war aber aktuell mit 62 Nein, es war aktuell Ähm, mit 63 oder 62 Macht nichts Aber das ist ja doch eine Ecke Das ist irgendwie falsch So, gleich hier und gleich auf Entschuldige Brücke Also Verschen Kursgenerierung für 62 60 Rücken links Vorbereitung 2 30 Kurzzeiger sind noch meistens Infalls Automatisch Lass es noch stehen Dann Einsteuern Da kommt ein anderes System rein Da kommt ein anderes System rein 260 Guck mal, passt 30 30 Ja, fangst du Passt So 3% arbeitet 30 noch nicht 30 Fällt 30 Wo ist das? 30 38 Auch Also 38 Ah Ja 30 Da kann ich lange suchen Ich glaube schon zu spät Das ist halb 11 Das kann man da anfangen Ja Ja Nach der Spätchen sind wir ein bisschen Ungewinnig nicht Aber Das ist gut Das ist besser Man hat eine ganz andere Zeit Und man ist ausgesichert So Dann haben wir noch einen Plus Level Plus Generierung 30 Vorbereitung Und Und ... ... ... Ersteigen Und Und ... ... Beiführen Beiführen ... ... ... ... ... ... 30 Meter. Hauptsache kommt man nicht durcheinander mit Feldern und Speichern. So, jetzt arbeiten sie alle vier. Jetzt können wir um die nächste Wiese kümmern. Also das hatten wir jetzt vorgenommen zu machen. Dann haben wir noch die Wiese 25 und 24 und 23. Machen wir erst in 23. Und da findet ihr dann Taku. Na, fett geboren? Auf geht's. Schwanger, schwanger. Prächtig. Mit frauligen Erwartungen. Einige, aber nicht alle. Wenn man Kühe zukaufen. Zu wenig, zu wenig. Geld haben wir schon ein bisschen. Aber dann halt noch Pump. Gewichte, Kartoffeln, naja gut. Das war ja auch nicht notwendig. Kartoffeln ist ein schwieriger Fall. Obwohl das vielleicht ziemlich klein ist. Leider können die Saktoren keine Fliege brechen. Wie günstig. Aber wir müssen halt sehen, dass wir damit. Auf Feld 23. Das haben wir selbst. Feld Nummer 23. Können wir Heu machen. Spätestens morgen. Ich hab' mir mal angeschaut mit VR-Brille spielen zu können. Hm. Es würde rein theoretisch kurz gehen. Mit nur ein teurer Spaß. Aber das andere Problem ist. Wo wir jetzt, werden wir einmal frei. Im Anführungszeichen. Aha. Wenn man ein Menü anschauen willst. Oder hier. Menü für Autodrive. Beziehungsweise die ganzen BD-Elemente. Auch Tastatur. Da müsste man sich blind ertapsen. Also äh. Suchen. Ungünstig. Gibt nicht jedenfalls. Also für LS kommt das mir immer nicht in Frage. Als. Äh. Spielweiterung. Ob sie das in LS21 mit einbinden können. Ich glaube nicht, dass sie machen. Weil das viele noch nicht haben. Das Spiel wird zu teuer. Also nur noch nicht. 1.000€ bisschen dabei. Ungefähr. Man kann auch ein bisschen weniger haben. Aber. So ungefähr 800€ musst du einplanen. Das ist so. Und das ist ein bisschen heftig. Weil man es im Prinzip nicht nutzen kann. In einem Frühjahr kommt ja das andere. Neues Spiel raus. Von Half-Life. Was nur VR geht. Und das würde mir dann schon reizen. Aber für YouTube wäre das. Ich weiß nicht, ob das so schön wäre. Aber man sieht mich ja da nicht. Einfach nicht so. Ein voller Größe. So. Schauen wir mal wie weit die Wiese ist. Ob die reif ist. Äh. 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 Gelb ist es. Aber wie gesagt. Stufe 3 muss es schon sein. Weil. Weil. Ich möchte schon. Das ist äh. Gut. Die Wachstum. Ich habe jetzt keine. Ich muss Gras aktivieren. Und dazu. Oh. Ist. Ist gelb. Ja. Gelb heißt reif. Aber nicht unbedingt. Äh. Super reif. Kann man sagen. Ich würde sehr gerne. Dass es äh. In dem Bereich kommt. Dann ein bisschen mehr. Gerne werden kann. Ich bin ja auch nicht gewachsen. Ich kann aber nichts machen. Wie gesagt. Das auch mal Wiese. Das und das auch. Ja. Gut. So liebe Zuschauer. Das Haus für heutige Folge gewesen sein. Ich danke fürs Heilschauen. Da seid mal schön zu den Mitgliedern. Ciao. 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 Ob wir morgen Gras mähen, weiß ich noch nicht genau, diesmal so wann ich es gleich mache. Denken wir eher nicht, das ist Vorbereitung, dann hören wir und sehen wir uns dann zur nächsten Folge, tschüss.